hallo leute willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play the walking dead staffel 1 episode 5 keine zeit mehr übrig im letzten part waren wir auf den dachboden gefangen und haben ein bisschen in erinnerung geschwägt als wir dann hier plötzlich gesehen haben dass wir durch diese wand im dachboden dieses zimmer kommen könnten und jetzt haben wir hier dieses tote ehepaar gefunden und das gucken wir uns jetzt mal genauer an wenigstens mussten sie nicht leiden ok das ist okay küsst du fernseher bei der decor bis rum i guess they were pbs watchers hey mein parents house looked a lot like this and they watch kung fu movies oh cool gemälde ansehen sprechen wir mal mit ben wieder jung kunst ja oh mit es war ihre entscheidung ok ich glaube hier haben wir alles durchsucht gucken wir uns mal hier die balkontür an gehen wir mal durch wir kommen da aufs dach hoffentlich hält das scheiß ding für mich hat es schon mal gehalten jetzt noch die anderen komm schon komm komm kiddie komm 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 oh 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 Gott. Wir gucken nach. Kenny und ich machen das. Wir müssen es nicht riskieren. Du wirst über sie. Und wenn alles so schlecht geht, dann könntest du Clementine's letzte Hoffnung. Wir halten ein Augenblick. Ich bin okay. Alles in Ordnung, Ben? Oh Gott. Das ist schlecht. Was ist das? Ich bin okay. Ich bin okay. Wir können dich hochladen. Wir können... Oh Gott. Hol ihn runter. Was? Was? Wie ein Band-Aid. Schnell. Aber mit Gewalt rausziehen. Komm schon. Ja weiter. Zieh weiter. Komm, es bleibt nichts anderes übrig. Zieh doch. Doch. Oh Gott, lasst sie mich nicht ankommen. Hast du noch keine Blödsinn? Es ist nur noch eine drin. Nur eine. F***. Das ist nicht genug. Gib es mir. Was? Wir müssen etwas machen. Du machst nichts. Du gehst nach Clem. Kenny. Das ist keine Diskussion. Nichts da. Wow. Nein, Ken. Es ist nur etwas, das ich muss machen. Du wirst das wissen. Geh' die Frau holen. Geh' zurück, ihr Söhne von B***chen! Oh Gott. Oh Gott, Kenny! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt hat er ihn in den Kopf geschossen. Damit er nicht leiden muss. Aber wie kommt er da raus? Alles voller Walker. Was ist passiert? Mist. Ich habe versucht zu helfen. Ich habe versucht zu helfen. Was ist passiert? Wie werden dich das merken? Ben war wirklich verletzt und... Ich weiß nicht. Es ist nichts anderes. Ich hoff. Schau! Kenny hat Ben erledigt. Ja, jetzt tut er mir echt leid, der Ben. Und Kenny? Gott weiß, was mit ihm passiert ist. Naja, vielleicht ist er entkommen. Wir müssen gehen. Right behind you. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Kenny war mein Freund. Kenny war mein Freund. Er könnte schwer sein, aber ich habe ihn mit ihm verstanden. Also, wir waren assholes zusammen, glaube ich. Look, Lee, das ist eine Scheiße. Aber ich will ein bisschen was. Was ist? Jetzt mit Kenny, weg. Das bedeutet, Omeed und ich müssen sicher bleiben. Für sie. Ich werde großartig für sie. You guys would be great for her. Keep her safe. Christa wird sich das merken. You know that. Was ist mit dir? Da sind noch mehr. Ich glaube, ich sehe schon ein bisschen blass im Gesicht aus. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was da unten ist, ist auch nicht gut. Ganz langsam und sachte. Wir haben es gleich geschafft. Was für eine Konstruktion. Aber sie hat gehalten. River Street ist gerade nach vorne. Whoa, bemerkbar. Auch die Gebäude sind voll. Sie wissen niemals, wo die nächste Mühle ist. Seid vorsichtig. Bemerkbar, die hier sind. Ja, wir brauchen keine mehr Überraschungen. Ich bin sorry. Es ist okay. Da will ich nicht reinfallen. Na toll, richtig viele Zombies. So, mal schauen. Das Hotel ist rund der Körner des Blockes. Da ist auch das Boot wieder, wo wir letztens da waren. Das ist ja direkt in der Nähe gewesen. Wir sind wieder da. Ich geh zuerst. Ich geh zuerst. Ich geh zuerst. In case, was da passiert. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht runterfallen. Das wär ein sehr unschönes Ende. Ja. Da ist das Marschhaus. Da müssen wir rein. Für Clementine. Komm. Nee, beeil dich. Beeil dich. Ganz langsam. Bewege dich über das Schild zur anderen Seite, ja? Und möglichst dabei ohne runterzufallen. Bitte, komm, halte. Halte. Oh Gott. Oh Gott. Ziemlich wackelig, das Ding. Ziemlich wackelig, das Ding. Oh Gott, nein. Komm. Ah! Ah! Shit. Bist du okay? Okay. Ich bin hier ziemlich verbrannt. Was machst du? Ich mach das jetzt. Verbrach. Ich geh zu. Ich geh zu. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich bereits gebetet bin. Ich muss nur meinen Weg durchführen. Was für die Scheiße? Aber vielleicht hast du es schnell genug geschafft. Vielleicht bist du gut. Ich kann nicht riskieren, mehr Zeit auf einer langen Schuhe zu verlieren. Wir treffen uns außerhalb der Stadt beim Zug. Gehen wir außerhalb der Stadt. Durch den Trennen. Bist du verrückt? Es ist der einzige Weg. Hörst du mich? Ja, durch den Trennen. Jesus. Wir werden da sein. Okay. Jetzt heißt es, ich gehe gegen die Walker. Für Klemmen-Time. Wir gehen jetzt da rein. Natürlich sind die auch infected. Ich tu mir jetzt den Weg frei. Kämpfen. Stirb! Stirb! Ihr scheiß Kerle. Nichts mehr zu verlieren. Was für Musik im Hintergrund. Nichts mehr zu verlieren. Stirb! und wird da rein. Wow! Wow! Oh mein Gott! Das Auto kennen wir! Oh mein fucking Gott! Das ist das Auto wo wir die ... Vorräte geklaut haben. Oh mein Gott Wir sind voll beschmiert mit Zombieblut Und wir sehen verdammt blass aus Oh Gott Ich hab was gehört Ist es das? Rauschen wir mal dran Da geht jemand Machen wir sie auf Okay, was ist das für ein Band? Aha Wo ist sie? Das ist also ein Misskei Ein scheiß kleines Arschloch Ich bin's Oder das Funkgerät Das ist alles Okay Das ist alles Wir haben die Hatchet noch Also die Hacke Haben wir noch Wenn du dich umdrehst Bist du erledigt Ja 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 Ich weiß, wer du bist Du hast mein Auto in der Front Ja Ja Wir hatten keine andere Wahl Ich bin's Ich bin's Ich bin's Ich bin's Ich bin ein schlechtes Mann Ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber ich habe nichts mehr. Hast du schon jemanden, den du interessiert? Ja. Ja, natürlich. Wer? Carly? Her name was Carly. She was killed. Don't feel like I did enough to protect her. Maybe I couldn't. I don't know. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said He was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her. So bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back Lee, but not after that. Das war nicht allein meine Schuld. So bad. It's not my fault. The hungry we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them. A day later. In the road. Do I look like a monster to you? Like we all. We all do. Some more than others. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. You let a boy get yanked out of a window and into the night, so you could protect a pretty girl who died. You were not there. The sweatshirt she's wearing was my boys. You stole that from us. Wir waren am verhungernis und es war sehr kalt, verdammt. Wir waren am verhungernis und es war sehr kalt, verdammt. So ist das nun mal. Ich kann nicht mehr sagen, dass es mir leid tut, verdammt nochmal. Was soll ich jetzt machen? Das andere Funkgerät. Du bist ein Monster. Du bist ein Mörderer. Und ein Thief. Und ich werde dich so schlecht verletzen. Glaubst du? Gib mir einfach Clementine zurück. Gib mir einfach Clementine zurück. Ich würde lieber sie selbst töten. Denn das wird passieren, wenn sie mit dir geht. Du bist ein Möbel. Nachdem ich Clementine auf dem Radio hörte und wusste, wer du Leute waren, hab ich mich nach ihr nur für Revenge genommen. Aber je mehr, was ich über die Dinge du hast hast, und die Gefühle, die sie war in, hat unser Plan verändert. Lied, hör auf mich. Ich brauche, dass ich das hören darf, bevor was next passiert. Ich kann sie care of. Wir können mit ihr einscheren. Du bist ja verrückt. Ich wurde gebissen und du wirst auch gebissen werden. Ich bin. Was? Ich bin gebissen und ich werde sicher, dass du genauso wie ich endest. Ich... Ich werde sicher, dass du mich in die Hände schraubst. Nein. Ich werde mit ihr und du wirst in den Straßen schrauben. Hey Honey, ich denke das wird alles funktionieren. Ich bin auch glücklich. Ich wünsche dir, dass du so schlecht hättest, aber es ist alles vorbei, nicht wahr? Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir bereit sein. Das glaubst du. Ich glaubst aber auch nur du. Headshot! Nein! Nein, 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 nein. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Guck mal, ich drück so schnell, cool wie ich kann. Ja, du kranke Stück Scheiße. Hä? Hä, was sagst du jetzt? Hä? Stirb! Stirb! Ja. Sehr schön. Oh Gott. Die nehm ich mir auf jeden Fall jetzt. Ich hoffe, da ist noch Munition drin. Du kranke Stück Scheiße. So. Oh mein Gott. Clem Time. Es ist okay. Hey, ihr arm ist gone. Warum? Das ist so schrecklich. Ich hatte ein Verzicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist nicht deine Schuld. Nur die Schuld dieses kranken Typens da hinten. Er hat's verdient. Okay Leute, jetzt kann ich endlich einen Cut machen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen Leute und schalte auch im nächsten Part wieder ein, wenn wir dann mit Clem Time hier aus diesem Hotel verschwinden werden. Macht's gut Leute und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Boaz.